glück auf ihr lieben heute geht es ein bisschen um den äther die elemente und die kreisläufe die mit den elementen verbunden sind noch eine erdbeere frisch aus dem garten gegessen so gut also so lecker ja fangen wir gleich an das dritte buch wird ja gehaltvoller daher wird werden es wahrscheinlich mehrere teile zu dem dritten buch als geplant aber das macht nichts springen wir direkt rein ja und zwar geht es um die elemente und die trennung von raum und den elementen ja also der raum ist getrennt in zwei teile einmal in den supermond das ist quasi über der mondscheibe und einmal in ja die submoon area also das was unten drunter ist die submoon area also unter dem mond besteht aus vier elementen ja das wird alles ja natürlich bezeichnet so im groben und ganzen da kann jeder was damit anfangen ich bin das mal hier auf eine schöne größe so diese vier elemente sind erde feuer wasser luft ja die agieren und reagieren untereinander hier haben wir immer eine änderung also es ist ständig in bewegung immer eine änderung von geburt bis zerfall das kennt jeder irgendwann zerfällt man und ist nur noch staub und da haben auch den gewissen kreislauf oben drüber haben wir den supermond ja das ist hier und dieser supermond ja ist quasi über dem mond kreis und das wesentliche und und da entsteht das wesentliche der materie der äther ja das ursprüngliche dass das ja der kern ja äther ist ein ursprüngliches element und die ursache von energie kraft und kreation also kann man schon fast sagen der äther hat eine schöpfungskraft inne ja er ist auch verantwortlich für die bewegung und die rotation der tierkreise und sterne aufgrund des äußeren elektromagnetischen feldes ja dann sehen wir hier auch die verschiedene sphären die können wir alle haben schon gehört ionosphäre da haben wir das feuer element drin in der atmosphäre die mesosphäre stratosphäre troposphäre ich glaube in der troposphäre sind die flugzeuge und sowas unterwegs ja und ich finde das hier nur als kleine seiten und seiten notiz sehr schön gemacht mit dem mario bild hier springt er noch rum ich glaube darf kann nach unten aber egal und ja finde ich ganz schön gemacht wollte ich nur mal kurz erwähnt haben ja kommen wir zu den vier elementen das ist luft feuer wasser erde ja haben wir alles schon mal gehört die integrieren alle miteinander führen zu einer konstanten veränderung was eine art der evolutionäre umgebung schafft ja die elemente sind immer paarweise miteinander verbunden zum beispiel luft und wasser sind partner wasser verdunstet normales beispiel luft verflüssigt sich bei konzentrieren kondensation wobei luft hier enger am feuer ist und wasser eher mit der erde verbunden ist ja die verbindung luft feuer ja bei verbrennung entstehen gasförmische dämpfe gehen in die luft ja diese dämpfe ja florestieren sogar in einem elektromagnetischen feld ja feuer aktiviert im grunde alles ja du kannst grundsätzlich alles verbrennen jetzt von ein paar sachen die nicht brennbar sind aber grundsätzlich die erde selber das oder das element erde ist das erste element und das ist notwendig für alle anderen ja die anderen können nicht stattfinden ohne ohne die erde ist quasi eine art hintergrund daher ist auch erde älter als luft älter als feuer wahrscheinlich sogar älter als als wasser obwohl wasser wieder verbunden ist mit der erde ja ist schöne schöne zusammenfassung über die elemente kommen wir zu den biochemischen kreisläufen ja ich mache das bild hier ein bild sagt mehr als 1000 worte und ich glaube dieses bild erklärt schon alles ich gehe nur ganz kurz darauf ein ja es gibt insgesamt vier dieser kreisläufe ja und da haben wir den feuerkreislauf das ist der kreislauf des sauerstoffs dann haben wir den luftkreislauf das ist der kreislauf des stickstoff dann haben wir den wasserkreislauf das ist ja der kreislauf des wassers und dann haben wir den erdkreislauf das ist der kreislauf von kohle beziehungsweise kohlenstoff ja kommen wir zum zum ersten kreislauf dass der wasserkreislauf der dürfte auch jeden so im großen ganzen bekannt sein es ist nur das grundwasser was mir unten ground water surface runoff wie auch immer was halt unten drunter in der erde ist ist für uns nicht wirklich zu beobachten ja die bewegung der sonne erschafft jahreszeiten und die jahreszeiten haben dann natürlich unterschiedliche temperaturen ja dadurch haben wir auch wieder diese verdunsten und so weiter und so fort wobei man hier bedacht bedenken muss dass nicht alles wasser verdampft beziehungsweise nicht alles verdampfte wasser wieder zu wasser wird also es ist ja ein kreislauf der nie immer genau am ende das ergibt was am anfang stand ja kommen wir zum nächsten kreislauf ich versuche das ein bisschen kurz zu machen damit war nicht zu lange an den kreisläufen hängen bleiben ist aber wichtig für das verständnis haben wir den kreislauf kohlenstoff ja hier besteht der austausch von kohlenstoff zwischen den atmosphärischen schichten kohlenstoff wird frei durch ja vulkane die abwaschung am stein durch ozeandunst ja also auch in einer gewissen art und weise durch maritimes photosynthese ja dann dann haben wir auch hier die natürlich die ms von von unseren fabriken und so weiter und so fort die führen natürlich auch zu einer co2 abgabe obwohl dieser bereich ich glaube relativ klein ist aber sagt sich so laut sonst wirst du wieder gesperrt schließlich müssen wir einen co2 steuer irgendwie rechtfertigen egal mit wasser und stickstoff ja ist der kreislauf notwendig fürs leben also diese kreislauf den ihr hier seht ist zusammen mit dem wasser und stickstoff notwendig fürs leben ich glaube aber am ende sind alle notwendig zusammen ja so dann kommen wir zum nächsten kreislauf das ist der sauerstoff kreislauf ja das ist eine art gas kreislauf abhängig vom wasserkreislauf sieht man schon hier der regen wird aktiviert durch die sonne und die wolken ja also da wird auch oxygen frei also sauerstoff und grundsätzlich kennt den kreislauf auch jeder mehr pflanzen machen sauerstoff tiere atmen das und scheiden das dann wieder in form von kohlenstoff aus ja und dann wird natürlich daraus wieder sauerstoff ja dann haben wir den stickstoff kreislauf da gehe ich auch noch kurz darauf ein bevor wir dann zum nächsten video kommen ja der stickstoff kreislauf ist ein bisschen komplexer würde ich gern ein bisschen mehr davon erzählen da viele auch den stickstoff kreislauf glaube nicht in der form kennen der ist aber wichtig um das leben auf unserem planeten zu begreifen der prozess zum transport von stickstoff zwischen den zwischen den atmosphärischen schichten und der biosphäre ist dieser stickstoff kreislauf in dem kreislauf ja der stickstoff ist im kreislauf immer vorhanden und jedes lebewesen braucht auch stickstoff zum wachsen das hat mit der synthese von der nukleinsäure und den protein zu tun bakterien verarbeiten diese diesen stickstoff und es wird in der erde gespeichert die größte amtshandlung von diesem stickstoff besteht in der atmosphäre n2 haben wir hier und den kann man aber nicht direkt nutzen der wird dann sozusagen durch die wolken durch nitrogen fixation wird er quasi an die an die erde abgegeben die bakterien verarbeiten das und dann wird das zu n h3 und so geht das dann wieder in die pflanzen und so weiter und so fort ich denke das bild ist relativ vielsagend ja ja durch ja pipi und das was aus der anderen seite rauskommt und die bakterien erschaffen dann sozusagen die verschiedenen stoffe oder die verarbeitete form des stickstoffs und so kommt der wieder in den boden und ja der stickstoff geht dann auch letztendlich wieder in die atmosphäre das sieht man hier durch die bakterien und durch die pflanzen kommt das wieder hoch in die in die atmosphäre an der stelle gibt es ja das problem dass viele ackerböden überdüngt sind und dadurch einfach zu viel stickstoff da drin ist und ja das führt einfach zu einem zu einer kreislaufstörung von genau diesem kreislauf von diesem stickstoff kreislauf ja ich habe das versucht so kurz und knapp wie möglich zu machen da die bilder viel sagen das war es zu diesem teil vom dritten buch und dem nächsten kümmern wir uns dann um kometen und asteroiden da wird es dann wieder sehr interessant und an dieser stelle verabschiede ich mich euch und danke fürs zuschauen und